Willkommen zurück zu F.A.G.W.I.P.E. So, wir haben jetzt die letzte Folge, die gute Frau hier gesund gepflegt. Ich hatte irgendeine Kräuter, mussten wir sammeln. Ja, Kaka-Kat. Ne, ich muss nicht, auf Klo. Also, Kräuter gesammelt, sie hat die dann ein bisschen rumgekauft. Voll ihr Wunder eingetragt, so. Eigentlich heute meine letzte Folge, schon die Wegmache gesetzt. Ist weg, bis wir sie weg. Wegpunkt setzen. Da soll wen. Da soll wen. Tut tut, tut tut. Sieht ja schon geil aus, sehr neues. Jo, hier ist nichts zu sehen. So bin ich wohl an. Nichts zu sehen. Weit und breit. Weit und breit. Nichts zu sehen. Ich. Ich. Ein Reh. Ich gab's. Ja, doch. Ich gab's das schon. B Southern. Gut, das ist ja was. Gut. Gut, das ist sie was. schiefer hinten ja nichts nix 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 wie weit haben wir denn noch nicht mehr weit wo ist das denn hier Fische an ist ja geil das konnten die schon nicht ist so da ist ne Spur tut mir leid das hat mich angegriffen seltener schwarzer soll noch einen auf die Keule haben schwarzer 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 und weiter schleichen schwarzer 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 Abspeichern kann man nicht, ne? Nee. Oh, hier ist noch was. Da ist schon was. So, Leuchtfeuer. Leuchtfeuer sind große Feuerstellen, die dein Gebiet markieren. Sobald du es erobert hast, schalte die Gegner in der Nähe aus. Und einfache die Leuchtfeuer, um sie für deinen Stamm zu erobern. Ja, Leuchtfeuer, schalte schnell, reisefrei, bietet dir sichere Ruhestätte und Zugriff auf Belohnungslager. Ah, sehr schön. Können wir jetzt, ne? Das ist so viel zu mir. Leuchtfeuer entdeckt. Kann ich die jetzt hier von oben abknallen? Ist hier keiner? Ey, ich schleiche mich hier herum, ey. So, wie kann ich die jetzt nochmal anzünden? Juhu! 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 400 XP! 1 von 16. So, wenn du ein Leuchtfeuer oder ein feindliche Außenposten eroberst, schaltest du ein neues Schnellreise frei, zielfrei, mit dem du schnell durchs Oros reisen kannst. Du kannst außerdem in dein Dorf schnell reisen, um Hütten zu errichten oder zu verbessern. Drücke Pfeil nach links und wähle das Kartenmenü zum Schnellreisen nutze. Lenke zum Markieren eines Leuchtfeuers aus dem Posten oder eines Dorfes und wähle die Schnellreise Hüt aus. Sehr schön. Belohnung öffnen. Bordel voll. Bordel voll. Bordel voll. Bordel voll. der Sollreise Hütte Nürnbach. Die Feindliche Außenpleise bin aber auch freunde so und jetzt zurück schreckt leid schnell reisen konnte die machen wir jetzt hier Oh, Punkt. Kann ich abspeichern? Jo. Neun Speicherpunkt. Okay, Nachbricht rein. Oh. Hier habe ich noch nicht. Ruhm wir uns erst mal aus. Zum Morgen ist er mir nicht schlafen. Okay. Ich hoffe, die Missy ist jetzt nicht weg. Nee, die ist noch da. Okay. Die ist noch da. So, abspeichern? Für sie ist aber, yo. Oh. 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 Ja, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Da runter. So öfters diesen Blick den Jäger ins Blick machen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was sind da welche? Was sind da welche? Oh, ein Pär. Nee. Mammoth. Was ist das? Scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hätte früher schießen müssen. Gut, hatte ich sie, ja. Pass auf, da müssen wir durch, wa? Da geht es bestimmt noch weiter. Hmm. Oh, das ist ja. Äh, wie kann ich das nochmal waffen? Äh, wie kann ich das nochmal waffen? Äh, wie kann ich das nochmal waffen? Okay, warte mal. Handwerk, da, Handwerk. Oh, verbessern. Aber besser gesagt, ein Speerbasteln. Wildschweinhaut. Okay, lassen wir da hinten hin. Wo sind die Leute hin? Da. Ja. 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 was schon wieder verdrückt wieder verdrückt karte stein 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 gut entdeckt wen soll ich jetzt hier schnippen ja wir machen das was wir müssen ja 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 Mist. Schade. Boah. Schade, kleine Mori. Haben sie den Pippenmatz runtergeholt? Boah, ist sie zu nütz. Bori. wir financial sie sie Mensch! Scheiß Viecher! So, ich mache hier schon mal eine kurze Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Falkawai. Bis dann, ich bin euer DigiGamer.